Im Jahr 2072 hat die Menschheit unsere Erde verlassen. Zurück blieb ein verseuchter, unglücklicher Planet. In regelmäßigen Abständen schickt die Regierung Forschungsschiffe in die Atmosphäre der Erde, um die Auswirkungen auf den Planeten und die wenigen menschlichen Bewohner zu untersuchen. Ich werde die ganzen Informationen wieder hervorbringen, sodass unsere Regierung wieder die ganzen Dateien auf unseren Zeilen haben. Meine geliebte Olga ist darauf spezifisiert, Pfeile und Gegners Rücken reinzukommen. Yves ist menschlich. Mit dem ersten Spion habe ich viele Einsätze in Saudi-Arabien. Ein Mann, ein Wort. Eine Waffe, ein Mann. Ich werde alle übrigens in ihren Weg stehen, sodass ich meine Ziele erreichen kann. Leute, das ist ein großer Einsatz. Und jeder muss da drauf trainiert sein. Ich werde jeden Agenten mit der neuesten Spionauttechnik aufstatten. Ich werde große Soldaten nehmen, so am Geld nicht in Ruhe nombre. KE